Dieses zu erwerbende 5 Zimmer Einfamilienhaus liegt in Weisel. Das im Jahr 1930 erbaute Gebäude wird über eine Zentralheizung beheizt. Das Objekt verfügt über zwei Parkplätze. Es hat eine Einbauküche. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 450 Quadratmetern bietet das Haus eine Wohnfläche von ca. 170 Quadratmetern. Das Gebäude hat einen Kaufpreis von 94.900 Euro. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gern zur Verfügung.